...leder auf den Aufheber, der dem Paket beilegt, oder auch auf der Innenseite des Anbieters. Der Netzwerk für Sie steht beim Wi-Fi-Key, den Netzwerk klar und finden Sie bei SSI-Key. Beispielhaft zeige ich Ihnen das Vorgehen an einem Zettler von Samsung mit Android 510. Öffnen Sie das mit unten und tippen Sie auf Einstellungen, dann auf WLAN. Karten Sie darauf, dass WLAN eingeschaltet ist. Das Gerät sucht jetzt nach der kürzlichen WLAN-Verbindung. Finden Sie auf den Namen des WLAN-Netzwerks. Dieser beginnt mit 1.1 Mobile-WLAN. Bei älteren Modellen kann der Netzwerknahme anders laufen. Jetzt geben Sie den WLAN-Netzwerkschlüssel aus Hamburg ein. Anschließend, Sie müssen Sie auf den Weg. Die Verbindung wird hergestellt und als verbunden. ebenso ein projeto von ULAN-WLAN-U. Sie müssen Sie auf den Weg. Vielen Dank.